Mit Kohärenz, Mut und Kompetenz werde ich mich weiterhin für den Aufschluss in Bozen einsetzen. Unsere Bürgerliste Neue Welle Bozen, Bulsano Solonda, hat den Mut, Entscheidungen zu treffen, um diese konkret umzusetzen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger, die ihre Kompetenz in den Dienst der Stadt stellen und kandidieren als unabhängige Liste. Bozen braucht mehr Sicherheit, muss sich wirtschaftlich entwickeln können und braucht ein neues Mobilitätskonzept. Auch setzen wir Regions für junge Menschen und Familien ein. Diese brauchen Perspektiven, Arbeitsplätze und leistbare Wohnungsmöglichkeiten. Eine gut organisierte Stadt, wo das Leben kulturell und sozial pulsiert, garantiert Sicherheit und Wohlstand. Mir liegt es am Herzen, dass Bozen wieder aufblüht. Wählen Sie am 8. Mai die Erneuerung. Die Bürgerliste Anna Pitarelli, Neue Welle Bozen, Bulsano Solonda. Danke für Ihr Vertrauen. Danke. 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 Danke.